Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Heute ist der 3. Juli. Guten Morgen. Gestern war Hitze gekocht von 42 Grad. War sehr heiß. Bin auch noch nicht ganz fit nun. Habe gerade die Blumen gegossen. Die brauchen Wasser. Gestern Abend und heute Morgen. So müssen sich wieder aufrichten. Aber es war ja sehr heiß. Hier ist diese wahnsinnig schöne Pflanze von Heide. Habe ich gegossen. So, diese Blüte an hier. Und davon kommen noch viel mehr. Schön. Ich muss mal fragen, wie die heißt. Von der Henne, die kommt noch nicht. Sollte ja so schön blühen, aber ist noch nichts da. Die Rose habe ich zurückgeschnitten. Die hat auch geblieht, die 100-jährige. Hier. Und die Kartoffeln. Die haben sich hier etwas flach gelegt. Gut. Aber diese Blume ist doch schön. Die haben wir Timo zu Hause gelassen. Bei der Hitze kommt der nicht raus. 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 Cheg我 damit raus. Ich schlauze die Timo. Wenn das nicht raus. Die Potenziale ist ja mit der Handel. Sie hat eine andere Umfläche zu werden. Ich spreche die Ligge. Und das ist ja. Ich spreche die Halschreife. Vielen Dank.